Oh, Hallöchen, Freunde, da bin ich wieder. So, ich will mal ganz kurz gucken, was können wir denn eigentlich alles... Oh, viel zu besser. Schauen wir mal. Höchste fügen Feinden 10% zwischen den Schaden zu. Oh, das nehmen wir doch gern. Wir haben ja 1700. Ja, dann her damit. Das nehmen wir. Ach, nein, das wollte ich nicht. Weiterschauen. Was haben wir hier? Die Hammer? Stufe 3, okay. Das ist ja noch... Weithin. Nächstes. Also. Verringert den erlittenen Schaden bei Fehlgestanden-Apparaden um 10% erhöht. Den Schaden von Kontern etwa 10%. Ja gut, man... Könnten wir eigentlich... Könnten wir das theoretisch... Könnten wir das da... Ich habere gerade... Warte mal, ich schau mal weiter, was es noch gibt. Hier kriegen wir noch nichts. Uh, kostenlos. Nice, jetzt wieder doch mal richtig. Hier einer aus, der... Naja. Ja, sie aber Rat ist... Wird überbewertet. Was haben wir denn hier? Ne, das brauchen wir nicht. Das ist Blödsinn. Die beiden waren ja schon okay, aber die beiden, weil es für 250... Naja, komm. Aber... Das wäre ja auch was, ne? Warte mal ab hier. Was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Eieiei, den haben wir drin, ne? Gammgitter, 300. Oh, schau. Oh. Nice. Mal gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier? Hier haben wir nichts. Oh, wer hat denn noch einen Motor? So, Mensch, den nehmen wir gerne für 100. Und jetzt gibt es da der nächste Motor. 300, warte mal ab. Höchstgeschwindigkeit, dadadadadam. Auch 300, so viel kostet das alles, Mensch. 100, das nehmen wir schon mal auf jeden Fall. Also, gute Reifen. Sieht schon mal besser aus. Fahrverhalten, ja, den nehmen wir auch für 100. Wollen ja nicht rumschlittern hier. 500, oh. Nee, das ist noch zu viel. Das ist noch. Noch nicht. Warte mal ab. Stachelig. Auch nicht. 2.0 Uhr. Wir bringen die Nachladezeit um 22.0%. Können ja schneller schießen. Warte mal, warte mal. Hm. 300, ha, so viel, Mensch, so viel. Die haben wir noch nichts. Meine Frau wandert. Erstmal nicht. Was weiß nicht, auch was auch in. Gierung, Verzinkung. Ordentlich. Und hier sind dann nur noch die. Erstmal offen. Ja. Klingt ja nicht schlecht mit sowas, ne. Aber halt, der Mode war ja auch eigentlich gut. Noch einen dritten dazu. Und noch den Auspuff an. Da haben wir ein bisschen schneller sind. Bisschen zügiger. Ah, komm. Das Baby, baue ein. Nein, merkt nichts. Okay. Und den Auspuff nehmen wir auch noch mal dazu. Ja. Nee. Aber komm, nee. Erstmal pusten. Und lass mal was machen. Das war auch nicht schlecht, ne. Und den Dings. Das war 20 und. Na, warte mal. Es ist ja nicht viel, was da hochkommt. Ach ja. Angriff. Ich glaube, das reicht erstmal. Gut. Jetzt schauen wir doch mal, was der jetzt die Kiste aufnimmt. Aufsicht bringt. So. Nehmen wir uns den Totenlehren. Ja, nehmen wir. Wow, wir sind schon wieder gegenfahren. Na, kommen wir jetzt in Hessen. Tja. Hohohohohohohohoho. Hohoho. Nicht streuen. Nice. Da brennt jemand. Oh, da ist es. Hm? Ich will ja nicht, dass hier einer, der kommt hier und hier. Steig ein, Junge. Wir müssen weiter. Ja. Ja. Ja, da freust du dich, wa? So, diesmal fahr mal wirklich jetzt rein. Ohne. Nein. Nein. Hohohoho. Ja, das. Was wollte ich eigentlich... ...eigentlich nicht machen. Aber das war ein Vollschuss. Yeah. Naja. Schrott nehmen wir gerne mit. Gibt es immerhin wieder 400. Und auch wieder Platten. Alter. Ich... Ich muss ehrlich sagen, mit diesen Autos habe ich es echt. Entweder hinten Platten, vorne Platten, jetzt wieder hinten. Ah. Ich glaube, wenn ich die Autos mal fahren möchte, heißt es erst mal einen Eifen anbauen. Ah, nee. Aber diesmal bei euch selber Schuld im Reifen. Also, ich habe darauf gar nicht geachtet, dass ich diese Waffe jetzt aktiviert hatte. Und ich habe hier einen Schuss vergeigt. Ach. Aber naja, gut, okay. Macht ja nichts. Es ist ja... Es ist ja nur ein Spiel. Man kann ja was vergeigen. Ja, da sind wir schon wieder. Ah, jetzt schon wieder so viel. Jetzt schon wieder so viel. Juhu. Juhu. Was? Achso. Ja. Ich habe doch irgendwas gesehen. Ja, hat doch irgendwas... Jetzt könnten wir theoretisch das Ding kaufen. Alle hauen das Ding. So. Das haben wir. Ansonsten brauchen wir nicht. Fahren ohne Panzerung. Das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch drin. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir nehmen das Ding. Wir wollen Power haben. auch immer nur diese nachladezeit ist das ist egal passt so und jetzt testen mal wie denn jetzt das auto abgeht ok aufladen tut er sich auch schon mal gut hatte ich so ein bisschen angst gehabt davor aber das ist geil ich liebe das so hier steht keiner mehr endlich hier ist irgendwas hier ist noch irgendwas leute 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 so ich ziehe was aus habe ich dir das erlaubt habe ich dir das klack so jetzt nehmen wir das mit das mit die autos sehen hässlich aus was ich werde mit dem komm mal her los ich zu dritt Oh, gut zu viert Hey, hey, hey Schnauze Ist schon wieder so einer hier Hohe jetzt hier Hohe Halt die Schnauze So Cool Oh, Treibstoff ist schon mal rot Hier liegen nackte Leute Ganz ehrlich, ich bräuchte mal langsam ein bisschen So, das haben wir leer geloadet hier Ein bisschen Wasser oder Essen oder irgendwas Hm Ja gut, aber Sprit nehmen wir zumindest mit Flasche Oh, krass Oh, ich komm, ich komm Schade, ich kann nicht rennen, das Ding ist schon voll Und man müsste auch nur abzapfen können Das wäre noch richtig Lärven tanken Ich glaube, ich schreibe das mal in den Schanken Ich gucke da mal nach, dass ich die vielleicht irgendwie Auch reinschreiben kann Oder Dass ihr mal vielleicht was reinschreiben könnt Ob man das nicht doch hinbekommen kann Mensch Ich glaube, der war voll, ne Der war voll, glaube ich war Ja, doch Ja, ich lasse den mal liegen hier Aber nicht so weit So, und eher 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 mal an diesen Typs Obwohl, eigentlich könnte man ja So Na So Das müssen wir nämlich nicht Unser Auto schrott machen, sondern Nein, 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 hör auf, hör auf Aus, aus, aus Ich will doch nicht tanken, Junge Ah, verdammt Hm Naja, machen wir das nicht so Zünden Bitteschön Buh So Einmal Schrott Zweimal Schrott Toll Zwei Kanister Ah, aus Ein macht zwei Klasse Ja, das ist schon großzügig Das muss man schon ganz Ehrlich sagen Achso, ich wollte doch Verdammt, schon wieder vergessen Himmel So Da, 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 da Alter, das sehen wir Der Böse überwacht hier Eins, zwei, drei Schussanlagen Sniper Vier Schussanlagen Eins, zwei, zwei Sniper Au, 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 au Was Entschuldigung, Convoy Ja, ja Nachholz mit denen Dich anlegen So Die kommen jetzt am dümmsten Darüber Wir haben Ausgespäht Ausgespäht Das Ding haben wir ausgespäht Wir sind da rüber Ja, dann Mitten durch Ein Stein Das ist auch richtig Na, war das weh naht Ah Was hat Ja, ja Mach sowas Ja, nie wieder Ich mach sowas gerne Ich liebe sowas Was kommt hier Was kommt hier Was kommt hier Was lassen wir Leute hier Ja Sit tight Was hast du denn Ja Freund Oh, lecker Ist eine Portion Maden Nam 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 Schau dir die leckeren Maden Hier hab ich grad Der hat doch eben was Gesprochen Von Sturm Aber anscheinend Ist es weg Hier kann man sich wunderbar Ja Verschanzen Gut Ich werde nochmal sagen Auf Wiedersehen Und Ja In der nächsten Folge Ich hoffe Ich drücke die Daumen Dass wir das nächste Mal Dann schaffen werden Aber ihr wisst ja Man nimmt ja alles mit Was man findet Im Kaufweg Weil ansonsten Ist es ja plötzlich Einfach durchzurasen Okay Leute Bis zum nächsten Mal Ne Ciao Ciao